Elektrom. Kann man sich aus Elektrom eine Hose bauen? Uups. Nein, gut. Oder schlecht, je nachdem, wie man es nimmt. Ah, so. Hm, zack. Wo haben wir denn hier Bronze? Iron. Geht das? Nein. Gut. Schade, wäre auch zu schön gewesen. Aus Steel geht das aber. Komm, wenn es jetzt nicht aus Steel geht, dann weiß ich auch nicht. Ha. Steel Leggings. Na, wie viel bringt die? Ha. Ja, die bringt schon was. Schön. Kann ich auch danach wieder ausziehen. Njum. Vielleicht soll ich mir hier einfach mal so einen Durchgang bauen. Ja. Ah, die juckt an der Arche. Zack. Dann bin ich schneller hier oben. Soll ich vielleicht die Leitern bauen? Ja, ist vielleicht besser. So. Jetzt, wo ich es habe. Hm. Dann fangen wir doch schon mal an. Mit dem bisschen Coal Dust. Ähm, ja. Ich brauche noch zwei. Kann ich in der Zwischenzeit vielleicht Upgrades bauen? Ich wollte eigentlich... Da, Overclocker. 10k Coolant Cells. Aus Tintplatten und zurück. Water Bucket und Zinnplatten. Gut. Water Bucket können wir uns ganz einfach besorgen. Hier haben wir... Hier haben wir... Ich nehme jetzt einfach mal einen Block of Iron mit und mache da ein paar Buckets draus. Äh. Hier haben wir hier drin. Jetzt habe ich hier noch so eine... So, das kommt da rein. Schön. So. So geht das. Genau. So. Wir haben sechs Eimer, die wir alle mit Wasser befüllen können. Schön. Dann machen wir uns mal ein paar Iron. Haben wir noch Zinnplate? Nein. Haben wir hier irgendwo noch Zinn? Block of Silber. Block of Iron. Nein. Hier oben haben wir wohl kein... Ach doch. Da. Gut. Wir brauchen jetzt... Ähm... Vier... Vierundzwanzig. Dreiundzwanzig. Zinnplats für die coolen Zinnplats für die coolen Zets. Zack. 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 Ich dachte, die werden dann weg. Jetzt habe ich ein paar Eimer. Ja. Zack. Und wieder zu viel. Äh... Ja, ich habe auch einen E... Ah. Den einen Eimer unten vergessen. Gut. Ich dachte schon, ich hätte mich verrechnet. So. Kappa... Habe ich dabei. Allerdings... Nicht geschnitten. Deshalb... Ich brauche schon ein bisschen Kappa. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Zwölf. Damit komme ich gerade mal an... Zwei Electronic Circuits ran. Die brauche ich ja auch. Und jetzt brauche ich Iron. Eins, zwei. So. Und... Ah, ne. Hier drauf. Ich habe vergessen, das Zeug zu holen. Und... Nochmal. So. Redstone. Redstone. Und... Iron Plates. Damit habe ich schon mal die zwei. Schön. Jetzt fehlen mir noch... Ähm... Zwei... Plates. Mit denen ich jeweils... Zwei isolierte... Äh... Vier isolierte Kabel machen kann. Die ich wieder weg prühen kann. Und... Damit... Wären die... Upgrades... Würde ich sagen... Fertig. So. Äh... Ja. Was kommt alles weg? Das, 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 das... Das, das... Zack. Hm. Daraus kann ich auch schon mal Raw Carbon Mesh machen. Da habe ich fünf. Kann ich mal zusammenlegen. So. Das kommt dann in den Kompressor zusammen rein. Rein damit und... Schön, dass ich das habe. So. Jetzt habe ich drei Plates schon mal fertig. Ich... Also fehlen mir noch... 47. Weg damit. Oh, scheiße. Läuft das Ding noch? Ja. Ähm... Da sieht man die schöne Stoßfestigkeit eines wasserdichten Handys, mit dem man aufnimmt. Ich glaube, das wird noch mehrere Mal passieren. Wenn man inkompetent ist, dann passiert das halt. So. Kann ich den Hoover Mode enablen? Nein. Schade. Ähm. Ja, zumindest kann ich jetzt aus diesen Sachen, wie so scheiße sind, auch wieder raus. Äh. Hier ist nichts drin, was ich bräuchte. Jetzt habe ich natürlich auch... Da vorne ist Kohle. Geil, da hätte ich auch vorher rankommen können. So. Lass... Mal... Natürlich... Natürlich... Oh. Ja, dann sollte ich wieder nach Hause gehen, natürlich. Denn, wie ihr wisst, liebe ich ja... Ups. Lauf. So. Jetzt nochmal. Ähm. Denn, wie ihr wisst, ähm, liebe ich ja die Nacht. Rein mit dir. Und dann gehen wir mal hinten in die Sparte gucken. Und, ähm, ja. Ähm. Gucken dann, ob wir da etwas finden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich die Kamera diesmal platzieren werde. Denn ich nehme jetzt genau über dem Bildschirm auf. Hm. Wer weiß. Aber... Erstmal bitte eine zweite Leggings oder ein zweites Nanosuit-Teil bekommen. Ach, das ist 30.000. Uh, die haben die schön verbessert. Früher hatte das 15.000. Das war so schrecklich immer. Mit dem ganzen... Grußlich. Mit dem plötzlichen Aufhören. Weil das so schnell leer ging. Deshalb auch immer meine Albträume. Also da ist... Da bin ich früher öfters mal... Deswegen gestorben. Weil ich mein Jetpack vergessen habe aufzuladen. Oder es einfach leer gegangen ist. Boah, ist es dunkel und ich habe keine Fackel dabei. Ja, natürlich. Ähm. Dummein kommt auch noch dazu. Natürlich einige Male. Aber hauptsächlich war es... Deswegen, weil es einfach leer war. Ich baue mir vorher hier noch ein bisschen Erde ab. Damit ich danach drauf landen kann. Das ist nämlich immer das schwierigste. Im Hoover-Mode wäre das Ganze viel einfacher.